Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zur Supremacy 1914 mit den lateinamerikanischen Nationen und der Überlebens-Challenge. Wir haben Tag 36 und wir stehen auf Rang 11 mit 41 Punkten. Und wir prügeln hier eine Heeresgruppe nach der anderen der feindlichen Koalition nieder. Es ist unglaublich. Die nächste geht hier jetzt bald drauf. Die 438. Armee inzwischen aus Norwegen wird hier gerade zerstört in Tampico. Die haben das vorhin eingenommen und wir hauen da jetzt mächtig drauf mit unserer 5. Armee und unseren 2 Eisenbahngeschützen hier. Bislang schon über 100.000 Verluste hier. Fast alle Artis, ein Ballon, ein Panzerwagen und 99.000 Infanterie sind hier draufgegangen und weitere werden sicher folgen. Und außerdem hat sich Norwegen hier mal ganz spontan und schnell mit Goldmark 2 Eisenbahngeschütze gegönnt in Houston auf einmal und gleichzeitig. Aber nur noch eins ist übrig. Das andere haben wir bereits zerstört mit unseren zwei Flugzeugen hier. Zwei Flieger, die wir hier aus Merida haben starten lassen. Die haben es geschafft hier ein EBG zu zerstören. Leider haben die jetzt hier ein paar Infanteristen reingepackt und die beschützen das gerade ganz gut. Ich werde noch einen Langgriff fliegen und dann vermutlich aufhören, weil wir nehmen gerade schon ganz ordentlich Schaden auch in den Flugzeugen. Und leider wird uns dieses eine EBG bald dazu bringen oder uns dazu zwingen, eher gesagt, uns hier zurückzuziehen aus Lyon. Denn wir werden das nicht mehr lange halten können, wenn sie da weiter drauf schießen. Wir haben bereits 5000 Truppen verloren, aber vor allem geht die Festung langsam kaputt. Aber ich denke, das ist okay, denn es geht uns ja primär aktuell nur darum, Zeit zu kaufen. Zeit, die wir benötigen, um zu hoffen, dass hier eventuell die Runde noch endet, bevor eben wir vernichtet werden. Denn es fehlen jetzt nur noch fast knapp 100 Punkte für die Eastern Empires Koalition, um die Runde zu gewinnen und uns dann mit dem fünften Rang hier aus der Runde zu entlassen. Das wäre sehr, sehr toll, denn dann würden wir eigentlich keine Provinzen mehr verlieren, also keine Verluste haben in dem Profil. Und wir würden sogar noch ein paar Goldmark-Siegpunkte mitnehmen können, was zwar nicht viel wäre, gerade mal irgendwie jetzt 40 oder so, aber das wäre trotzdem gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten hat sich leider etwas bestätigt, was ich ja bereits so ein bisschen im Urin geschmeckt habe. Und zwar, dass sich hier leider noch weitere Nationen an unserem Krieg beteiligen werden, namentlich Nigeria. Wir haben uns da ja beworben gehabt bei der Koalition, aber wie es aussieht, sind die voll in der Hand von Norwegen. War ja so ein bisschen schon absehbar, die sind leider nur Vasallenstaaten, keine eigenständige Koalition, die hier irgendwie noch um den Sieg kämpft. Denn die werden sich hier am Krieg gegen uns beteiligen und das heißt, wir werden jetzt hier sofort Feuer eröffnen auf ihr Schlachtschiff. Denn das werden wir nicht zulassen, denn sie sind bereits hier unterwegs und werden Sienfuegos einnehmen von uns. Und damit ist für Nigeria jetzt hier Krieg angesagt. Das heißt, wir feuern zurück oder feuern sogar zuerst und richten schon mal den ersten ein bisschen Schaden an. Hier, sie werden leider eventuell unser EBG erreichen. Ich hoffe es nicht. Ich werde mal weitere Truppen zum EBG bringen. Mal schauen, wo die hinwollen. Die scheinen zunächst mal zu Puerto Cabezas gehen zu wollen. Das können sie gerne tun. Da werde ich sie eben bombardieren. Sie haben noch ein weiterer Schlachtschiff hier drüben. Das wird... Was macht denn das eigentlich? Das bombardiert hier irgendwas. Ich weiß gar nicht, was das bombardiert. Wer bombardiert denn das? Das schießt hier auf. Ach, mein U-Boot. Ach so. Oh. War sehr ärgerlich. Ich hatte mit dem U-Boot endlich mal jetzt hier den Schlachter erwischt von Norwegen. Aber das greifen die jetzt... Ach so. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir werden es trotzdem, glaube ich, schaffen. Wir sollten das hier bekommen, den Schlachter. Danach müssen wir mal schleunigstens zurückziehen. Denn, ja, der Seekrieg ist ein bisschen kritisch. Wir haben nicht wirklich irgendwelche Mittel. Wir haben auch inzwischen aufgegeben, weitere Einheiten da, was das angeht, zu produzieren. Ich könnte zwar noch ein weiteres U-Boot bauen, wenn ich wollen würde. Wir haben gerade mannigfaltig Ressourcen. Andererseits wäre ein weiteres EBG noch richtig toll. Das würde uns helfen, dann hier auch final dann wirklich Salina Cruz auch halten zu können. Denn vermutlich wird Salina Cruz unsere letzte Linie sein, gemeinsam mit Chiapas. Denn da haben wir eben den einzigen Ort, wo ein EBG hin könnte noch. Die Chiapas Eisenbahn ist zerstört. Ich werde sie mal wieder aufbauen. Aber ich denke, es würde Sinn machen, ein EBG zu bauen in Salina Cruz eigentlich. Hier bräuchte man noch ein bisschen Stahl. Haben wir leider nicht. Da bräuchten wir noch fast 4000. Das können wir uns, glaube ich, echt nicht leisten. Wir haben sehr viel Kohle. Aber das würde uns, glaube ich, nicht viel bringen. Ja, die ist nichts wert. Das ist leider ein bisschen ungünstig. Und auch leider echt teuer. Ich fürchte, da werden wir nichts machen können. Also wir müssen hier dann doch andere Einheiten bauen. Vielleicht ist dann doch ein U-Boot hier die bessere Wahl. Deshalb würde ich sagen, bauen wir das mal. Und vielleicht sogar noch ein zweites. Warum nicht? Wir bauen noch ein zweites U-Boot. Der Hafen ist nicht beschädigt. Das ist gut. Dann bauen wir das U-Boot hier. Und können dann damit vielleicht nochmal übermorgen dann so ein bisschen hier den Seekrieg aufmischen. Denn, ja, die Flotte hier aus Nigeria, die ist ein bisschen ungünstig für uns. Wir haben aber nochmal fünf Kreuzer versenkt aus Australien. Das war nochmal eine weitere Sache, die wir geschafft haben. Australien wurde versenkt. Die hatten einen Angriff versucht hier. Die haben auch eine Landung versucht gehabt heute. Über Panama Stadt. Auch da wurde eine weitere Heeresgruppe vernichtet. Aus Argentinien. Nicht aus Argentinien. Aus Norwegen. Zum größten Teil der Restschütte hier in Cristobal. Und Monteria und Panama Stadt sind quasi unser Territorium. Wir haben das völlig freigebombt von Feinden. Da kann nichts mehr kommen. Aber eben jetzt Nigeria hier mit deren Flotte. Jetzt kommt hier auch noch Kenia an. Das ist äußerst ungünstig. Wir müssen mal schauen, was da passiert. Das könnten nochmal Schlachtschiffe sein. Das ist hier... Wie schnell ist das hier? Das ist Schlachtschiff. Obwohl, das könnte auch Infanterie sein. Das ist schwer zu sagen. Wir müssen hoffen, dass die eben nicht auf unser EBG gehen. Aber das wird eine ganze Weile brauchen, um das hier zu versenken. Das könnte jetzt sechs Stunden brauchen oder so. Also wir müssten eventuell eins hier abziehen. Das könnten wir machen. Wir brauchen nicht unbedingt beide hier. Aber andererseits, wir haben gerade die Festung... Äh, die Eisenbahn nicht, ne? Hm, ärgerlich. Ärgerlich. Ich will auch gar nicht mehr wirklich mehr mit Goldmark spielen. Wir haben ja ein bisschen was eingesetzt gehabt, um so ein bisschen auch das zu countern, was hier Norwegen gemacht hat und weiter macht. Aber inzwischen haben sie ja auch zum größten Teil aufgehört. Eben bis auf jetzt die Eisenbahngeschütze hier. Die waren ein bisschen offensichtlicher in Houston. Aber das sind alles keine größeren Sachen. Und man merkt auch, dass Norwegen so ein bisschen aufgibt. Weil zum einen der Sieg natürlich klar ist, aber auch so ein bisschen, glaube ich, sich die Täner ausgebissen haben. Ich finde es immer noch echt toll, dass sie mir halt gesagt haben, dass ich ja besiegt wäre, irgendwie vor zehn Tagen. Und wir noch gar nicht richtig gekämpft hatten zum Zeitpunkt. Und sie haben jetzt Heeresgruppe nach Heeresgruppe verschwendet. Wir haben, glaube ich, schon die fünfte Heeresgruppe vernichtet jetzt hier. Das ist der fünfte Angriff schon. Und dann noch Argentinien. Und dann noch Australien. Und jetzt noch Nigeria. Wir machen hier alle fertig. Wir können kurz schauen. Wir sehen hier in den Meineberichten, dass wir... Weg mit dem Ding hier. Das ist hier ein bisschen im Weg. Warte mal. So. Wir sehen, dass wir jetzt fast die 2 Millionen voll haben. 1,7 Millionen Verluste auf Norwegens Seite. 112.000 Verluste auf der Seite von Australien und Argentinien. Gibt es da gar nicht mehr. Das ist verschwunden jetzt heute tatsächlich durch die Landung hier von Nigeria in... Oder auf Kuba. Wir hatten ja auch Havanna und Sanfuegos nochmal eingenommen. Genauso auch wie Nueva Girona. Das war eine ziemlich glückliche Füge, muss ich sagen. Das war auch wieder so ein bisschen dieser Bug. Glaube ich, dass es ein Bug ist. Ich weiß es nicht genau. Mit den Landungskämpfen. Und zwar hatten wir nämlich eine Infanterie, die ja Nueva Girona eingenommen hat. Endlich. Und dann haben wir sie nach Havanna geschickt. Und dann war hier eine U-Boot-Einheit aus drei U-Booten aus Norwegen. Die hier stand, an der Küste. Und dann gekämpft. Ich dachte, okay, die werden versenkt. Aber dann auf einmal haben die es dann auch doch geschafft anzulanden und sind weggelaufen. Also scheinbar ist es so, ich weiß nicht, ob es immer schon so war, ob ich es noch nie mitbekommen habe. Aber offenbar sind Einheiten zwar normalerweise im Kampf gebunden. Das ist ja normal so in Supremacy. Dass Einheiten, die in einem Kampf sind, sich nicht wegbewegen können. Aber scheinbar können sich Einheiten aus Kämpfen, die an der Küste passieren, wegbewegen. Also wenn die ihren Status da ändern. Denn das war mir auch aufgefallen in der Runde mit den Southern Highlands. Da hatten wir auch so eine Landungssituation, wo ich einen erwischt habe beim Landen. Und dann sind die einfach weggefahren. Mittendrinne so. Und ich dachte so, das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Wenn es schon immer so war, dann habe ich das wohl noch nie mitbekommen. Aber das ist aktuell auf jeden Fall so. Keine Ahnung, ob ich da jetzt total blank bin und das noch nie mitbekommen habe, dass das immer schon ging. Oder ob das auch so gewünscht ist vielleicht sogar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein bisschen merkwürdig. Wir sind quasi durch die U-Boote durchgelaufen und dann doch angelandet, obwohl wir eigentlich hätten vernichtet werden sollen. War ganz merkwürdig. Also ja, wir haben dann doch noch hier Teile von Kuba einnehmen können, auch mit guter Moral, dank unseres alten Moral-Bonuses. Denn wenn man Provinzen einnimmt, die vorher über 80% Moral hatten, dann erhält man die Provinzen mit über 60% Moral zurück. Außer der Gegnerschaft eben die Moral auf über 60% zu erhöhen. In seiner Besetzungszeit, dadurch haben wir eben hier wieder diesen guten Moral-Bonus. Wir könnten theoretisch auch den größten Teil von Amerika zurückerobern und hätten hohe Moral, weil die es immer noch nicht geschafft haben, hier die Moral zu erhöhen. Also es läuft für Norwegen echt nicht gut, aber natürlich ist klar, dass wir trotzdem auf Dauer hier besiegt werden würden. Unsere Truppen nehmen immer mehr Verluste, zwar nicht unbedingt an Material, aber an einfach Truppenstärke. Und wenn sie wirklich wollten, also sie müssten sich mal ein bisschen anstrengen, dann würden sie uns auch besiegen können. Unsere größte Schwäche ist natürlich ganz klar kombinierte Waffen. Das heißt, Bomber wären unser absoluter Tod. Große Schlachtschiff-Offensiven könnten wir nicht abwehren. Sie müssten einfach sowas tun. Sie müssten einfach mit den Waffen angreifen, die wir nicht kontern können. Wir haben einen Bomber abgeschossen aus Houston gestern und das haben wir auch jetzt mehrmals schon geschafft. Also wir haben mehrmals mehrere Bomber von ihnen abgeschossen. Hätten sie jetzt aber fünf, sechs Bomber gehabt, hätten wir deutlich größere Schwierigkeiten gehabt. Also ja, es ist so ein bisschen komisch, einfach die ganze Sache. Sie hätten längst schon uns besiegen können, die Truppen der letzten zehn Tage, die sie gegen uns geschickt haben, seit ihrem ersten Angriff. Wenn sie die verbunden hätten, wären sie stärker gewesen als bei ihrem ersten Angriff. Sie hätten uns damit sicherlich zum Rückzug zwingen können, auf jeden Fall aus den Gebieten hier nach Salina Cruz. Und damit faktisch unsere Produktion komplett zerstören können, weil die Doppel-Stahl-Provinz hier, die hält uns am Leben. Und auch das Holz hier in Lyon, das Holz in San Luis Potosi. Wichtige Provinzen, die eben uns am Leben halten und ohne denen keine Chance. Aber sie haben es eben immer wieder nicht geschafft. Sie haben auch ihre Schiffe immer einzeln hingeschickt, ihre Allies immer einzeln reingeschickt. Das war unsere größte Stärke, dass wir zwar gute Waffen haben, aber mit einer Masse an Gegnern keine gute Chance hätten. Aber so konnten wir unsere Sachen immer wieder gut hin und her schieben und dadurch eben diese ganzen Angriffswellen gut besiegen. Obwohl ich sagen muss, wir haben das ganz gut hingekriegt eigentlich auch. Sogar mit den zwei EBGs, oder drei EBGs ja eigentlich sogar, die wir haben. Dass wir die hier so positioniert haben, hat gut funktioniert. Die machen hier eigentlich den ganzen Tag was. Die schießen eigentlich immer kontinuierlich. Das heißt, immer erhält der Gegner Verluste. Und die machen ihre Arbeit gut. Also wir mussten die auch nie verschieben. Das sind immer auch die gleichen vom Anfang. Auch unsere größten Armeen stehen hier größtenteils ähnlich da. Wir konnten immer wieder auf Landung reagieren, auch hier bei Merida, bei Campeche, bei Puerto Cabezas. Haben wir immer wieder darauf reagiert. Wir haben hier unten die kleine Armee in El Tigre gehabt. Die wurde teilweise auch abgezogen, als dann Argentinien kollabiert ist. Haben wir für zwei, drei Tage in El Tigre quasi gar nichts gehabt. Aber jetzt, da wieder hier eine Gefahr besteht, habe ich Truppen wieder zurückgebracht. Aber ich denke, die 14 Artis hier oben, die machen ihren Job auch ganz gut. Denn das Gute ist, ja, Norwegen wird hier immer wieder so dezimiert, dass die nie wirklich eine Art hier mehr haben. Und die eine Arte, die sie jetzt hier haben, die ist auch kein Problem für mich. 120.000 Verluste ist schon ziemlich krass. Also ja, sie füttern quasi die Bestie immer weiter. Für sie ist das hier eine Katastrophe. Fünf weitere Kreuzer aus Australien rücken heran. Also da kommt noch einiges. Hier sind auch irgendwo noch ein paar Kreuzer, die überlebt haben gestern noch. Also Australien hat so um die sechs, sieben Kreuzer hier irgendwo im östlichen Pazifik stationiert. Norwegen hat sich ja auch noch Zeug, das hier unterwegs ist. Ich würde gerne mal, ich würde echt gerne mal jetzt, wollen wir mal, das ist aber so teuer. Ich würde echt gerne mal hier bezahlen, die ganzen Goldmark hier. Und dann mal hier schnell mir mal alle, aber 7.000 Goldmark nehmen wir auch nicht. Mal die ganzen Armeen aufdecken lassen. Einfach mal zu schauen, was die haben. Weil wir ja wissen, dass die mit Goldmark relativ viel spielen. Würde mich interessieren, was die gerade auf dem Weg haben. Ob die überhaupt Truppen schicken? Ob die lokal produzieren? Ich weiß es nicht. Ich fände es mega spannend. Weil da könnten wir auch mal ungefähr rechnen, grob wie viel die eigentlich dafür so ausgeben. Weil, also schon krass. Also gerade die Menge an U-Booten. Ich meine, wir reden jetzt schon über irgendwie 20 U-Booten inzwischen, die wir gesehen haben und zum Teil auch versenkt haben. Wir haben mindestens 10 versenkt. Wir haben über 20 gesehen. Alleine drei nochmal hier vor Havanna. Da waren nochmal zwei irgendwo anders gewesen. Also das ist so viele U-Boote auch allein schon. Und dann noch die 30 Kreuzer, die wir hatten und die Schlachtschiffe. Also ihr wisst, was ich meine. Plus eben noch dann zu den ganzen anderen Einheiten. Also die ganzen Artis, die sie hatten. Die 25 und die drei schweren Panzer. Also das ist am Tag 20. Schon krass gewesen. Ähm, also, ja, die haben einiges genutzt. Aber auch da ist ja immer mein Plan, das zu zeigen. Da sieht man, wie wenig das eigentlich bedeutet hat. Denn, klar, haben sie jetzt hier den größten Teil eingenommen. Dank ihrer Kreuzer auch zum großen Teil. Aber auch mit deutlich weniger Kreuzen hätten sie uns hier große Schwierigkeiten gemacht. Aber am Ende haben sie es nicht geschafft, uns zu besiegen. Sie haben eine deutlich kleinere Armee. Äh, in allen Aspekten. Wir hatten keine wirkliche Marine. Wir hatten weniger Arty. Wir hatten weniger schwere Panzer. Wir hatten von allem weniger. Sie haben es nicht geschafft, uns zu besiegen. Weil wir einfach besser gespielt haben. Und das zeigt eben, wie wenig Goldmark gerade im Late Game eigentlich ausmacht. Und wie gut man das auch ohne dem eigenen Goldmark-Einsatz kontern kann. Einfach durch Festungen. Durch gutes Eigenspiel. Wir haben dann über die letzten Tage ein bisschen was eingesetzt. Weil wir eben wieder mal hier Situationen hatten. Wo sie dann auch ganz akut meine Festungen zerstört haben. Oder ganz akut dann nochmal mit Einheiten gekommen sind. Wo ich eben dann mal ganz spezifisch was gefixt habe. Aber alles nur mit dem Sieggeld, das wir schon eh hatten. Und damit war das alles überhaupt gar keine nennenswerte Ausgabe. Im Vergleich zu dem, was sie gemacht haben. Und wir haben das größtenteils ohne geschafft. Und ich finde, das ist aber eine wichtige Lektion. Was eben zeigt, wie wenig das eigentlich bedeutet später im Spiel. Weil es ist echt gar nichts. Also ja, das hat für sie nicht geklappt. Auch wenn natürlich klar, sie den Sieg bekommen hatten. Wir hätten eh realistisch keine Chance mehr gehabt auf den Sieg. Selbst wenn wir hier oben alles eingenommen gehabt hätten. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns gegen all die hier durchgesetzt hätten, wäre sowieso niedrig gewesen. Weil es sah nie gut für uns aus. Dass wir hätten für die Solo-Sieg-Challenge noch deutlich größer sein müssen. Es war leider so, dass die eben sehr, sehr früh hier sehr, sehr schnell sich durchgesetzt haben. Und dass sie die beiden in der Tasche haben. Die Afrika-Koalition. Und dadurch eben, ja, keine Chance wirklich bestand. Weil es eben keine Opposition gibt. Es ist alles konflierte Opposition. Auch der Iran, Turkestan, Kasachstan. Da ist ja nichts. Die sind alle im Frieden mit denen. Die haben sich alle abgesprochen. Das heißt, da hätten wir gar keine Chance gehabt von Anfang an. Und dementsprechend ist das, denke ich, hier sogar noch der beste mögliche Ausgang. Wir kriegen so viele Punkte gutgeschrieben für die ganzen Kills. Wir haben Norwegen komplett die Dienstakte verhunzt. Also ich bin damit mega happy. Jetzt eben ist die Frage, was wird hier passieren? Werden wir das Schlachtschiff versenken? Hoffentlich. Das ist schon eine ganze Weile ausgewichen, der Schlachter hier. Aber seit ein paar Tagen haben wir ihn schon gejagt. Er ist aber endlich gefunden. Und das Schlachtschiff hier, das wird wohl Poltokabesas bombardieren. Das ist okay. Da ist nichts Wichtiges. Nur eine Infanterie. Das ist kein Problem. Lassen wir diesmal machen. Und dann hauen wir die währenddessen ein bisschen kaputt mit unserem EWG hier. Hoffen, dass die das nicht merken. Und hoffen, dass die nicht auf Managua gehen. Denn da ist ja auch die Eisenbahn kaputt, leider. Durch Sabotage. Wir fassen jeden Tag hier viele, viele Spione. Also wirklich ganz, ganz viele. Ich wünsche, es wird irgendwo mal sichtbar sein, wie viele Spione wir schon gefasst haben. Wir haben ja echt ein ziemlich großes Netz aus Verteidigern. Aber ja, sie tauchen wir jeden Tag hier die ganzen Eisenbahnen und so. Es ist ein Wunder, dass wir noch Eisenbahnen haben bei den ganzen Sabotagen. Aber ja, Norwegen geht es, glaube ich, wirtschaftlich immer noch relativ gut. Und trotz dieser doch Schwierigkeiten hier und auch das alles hier ist immer noch nicht ideal für sie. Wirtschaftlich sieht es für sie eher hart aus. Sie haben es trotzdem geschafft, das wohl gerade noch so hier zu managen. Aber ich muss schon sagen, ich denke, das war für sie ein ganz enges Höschen. Also die ganzen Provinzen hier zu versorgen, gerade so die letzten fünf Tage, waren riskant. Also da müssen sie schon ganz gut gewesen sein im Ressourcenmanagement, weil das hier, also ganz Amerika zu haben, mit schlechter Moral, das muss schon ordentlich reingehauen haben in deren Ressourcenbudget. Aber sie haben es wohl ganz gut gemacht. Jetzt habe ich hier irgendwas bewegt, das wollte ich gar nicht. So. Aber genau. Wir werden hier unser Bestes geben. Wir werden sehen, wie das läuft. Ähm, ich denke, wir haben eine gute Chance, das hier zu gewinnen, ähm, die nächste Schlacht. Wir werden heute Abend wieder hier diese Armee zerstören. Die hat keine A-Team mehr, das heißt, die nächste Heeresgruppe geht unter. Oh, das ist aber jetzt ärgerlich, jetzt habe ich hier ganz aufgeregt aufgepasst. Ähm, dann werden wir das mal schnell wieder einnehmen mit ein paar Truppen. Zügig werden wir da ankommen vor denen? Vermutlich nicht, ne? Auch mit Gewaltmarsch wird das, glaube ich, nichts werden. Ne, wir werden es einfach einnehmen. Ähm, die könnten eventuell nach, ähm, Mastalan gehen. Das heißt, wir werden mal schnell da auch Truppen hinbringen. Nur mal so zwei oder so, oder vielleicht auch drei. Ähm, um das zu halten. Ich hatte auch versucht, hier Hermos Silo einzunehmen und Ensenada, weil sie überall hier auch Fabriken bauen. Ähm, da hätte ich gerne mal geschaut, was da so eigentlich ist. Ähm, geht leider nicht mehr jetzt, ist aber auch okay. Dann nehmen wir stattdessen mal Chihuahua ein. Das kann man ja auch mal machen. Und dann vielleicht, wenn sie abgelenkt sind, morgen wieder Hermos Silo mal schauen. Und dann nochmal einen Angriff hier auf das EPG. Ich hoffe, das klappt. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Aber ja, damit würde ich sagen, war es das von heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.